Hallo, mein Name ist Michael Peetsch und im Namen des HZ Produktmanagements möchte ich euch heute das neue Mitglied in unserer Twin Turbo Familie vorstellen. Der 9014L GTT mit einem Abtrieb von 1 Zoll und seiner 240 Millimeter langen Spindel. Der 9014L GTT bietet euch ein unwiderstehliches Lösemoment von satten 3850 Newtonmetern. Damit ist er zusammen mit dem 9014TT der aktuell stärkste HZ Schlagschrauber. Im Vergleich zu marktüblichen 1 Zoll Schlagschraubern ist er dabei besonders kompakt. Sein Gehäuse ist nur 130 Millimeter kurz und das bei leichten 5,9 Kilo. Ein Bruchteil von vergleichbaren Geräten mit 1 Zoll Abtrieb. Diese große Power in einem so kleinen Gehäuse wird durch die HZ Twin Turbo Technologie ermöglicht. Zwei Lufteinlässe und vier Luftauslässe sowie der starke durch acht Lamellen angetriebene Twin Turbo Motor sorgen für einen schnellen Kraftaufbau, ein höheres maximales Lösemoment und für effizientes Arbeiten. Das maximale Anzugsmoment von 1762 Newtonmeter kann über den zweistufigen Rechtslauf geregelt werden. Der einstufige Linkslauf gibt die volle Löwekraft frei. Für eine bessere Kontrolle ist im Lieferumfang des 9014L GTT ein optionaler Haltebügel enthalten, der nach eigenen Bedürfnissen in der gewünschten Position montiert werden kann. Mit dem enthaltenen Werkzeug lässt sich der Bügel problemlos montieren und um 360 Grad justieren. Mit seinem 1 Zoll Vierkantabtrieb und der 240 Millimeter langen Spindel ist der 9014L GTT prädestiniert für Arbeiten an großen Verschraubungen. Insbesondere in NKW und Agrarwerkstätten, im Stahlbau sowie Werften, aber auch in der Industrie kommen die Vorteile des 9014L GTT besonders zu Geld. Mit dem handlichen aber auch kraftvollen Gerät lässt sich auch in beengten Bereichen effektiv arbeiten und große Verschraubungen lassen sich mühelos betätigen. Gigantische Lösekraft mit 1 Zoll Abtrieb, langer Spindel und kompakten Abmessungen. Das ist der Twin Turbo Schlagschrauber 9014L GTT.